und abwärts flotter bist du gut fragt sie durch lang und wieder da hallöchen wo bin ich denn jetzt? warte mal äh äh doll ich bin hart verwirrt das ist der tagito lounge ach du bist der glaube ich hier also klang genau so eintritt frei, nee es muss jetzt noch ein ein paar pilze natürlich aber keine kekse ein netter wüsten kaktus und der gemeine, oh gott naja ernst jetzt? der gemeine und der nette wüsten kaktus oh man ey ja und ein heimischer bombosfahnd wächst mancher rots und heimische bombosfahnd wächst überall ja toll und alle höp da geht doch öl ich wusch das doch jaaa was haben wir hier? der orthopädo eh schuhmacher natürlich der fußscanner joa schubidoböp hm 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 Ich frage einfach nicht. Es ist ein Wohnhaus auch noch. Ich werde auch nö. Ein bisschen merkwürdig, aber gut. Warte, keine Durchfahrt. Ähm, Haus der Familie Takito Seto. Natürlich haben die keine Geschenke. Manchmal, ne? Natürlich. Im Bad ist ein Keks. Ach herrlich ey. Dachboden wahrscheinlich. Beste kleine Schwester. Beste große Bruder. Wenn ich in Richtung Osten gehe. Aus der Osten. Wir gehen mal kurz Richtung Osten. Steel Shield. Oh, der Haus Schickimicki. Oh, Gottes Willen. Hier ist die Hauptstraße. Geh mal kurz hier lang. middle legge-lösung, weil ... Aaaaah. Ein Broma Quart. Okay. ok war ich noch gar nicht ich glaube es wäre nicht langsam hier runter zu fallen außer man kommt wieder raus sieht nicht so aus also gut aber nicht runter gesprungen sind was aber denn hier schönes aber moment ich verlaufe mich gleich schon wieder ich sehe es kommen hier wurde auch unten all den krempel gut hier waren wir schon dann sind wir hier hochgegangen was haben wir hier ah hier ist das museum das heißt wir gehen ungesteuert runter waren wir irgendwie schon drin verdammt Tombois da hat mich gerade gar nichts gesagt amm 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 dam 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 ah ok ist nu mit-arbeiter eingangs weiß ich Oh, nur eins. Ein Foto 2 natürlich. Scheiß Kohlenzäure. Der Tyrol öffnet, der sollte sie auch schließen. Warum machen wir wieder zu, mein Gott. Oder gab es schon Beschwerden im Discord? Diese Leute lassen die Türen offen. Aber keine Kekse, schade. Na gut, dann gehen wir wieder. Spongebob, ganz einfach Spongebob. So, jetzt hier im Bruderhaus Schickimicki. Die FL, sag mal ernst, hat sich die Namen ausgedacht? Was? Design hoch 500 Euro, ja. Schwarz sind Designer-Lederschuhe im Hasen-Style. Designer trägt er 200 Euro auch im Harbendesign. Kann man mal machen. Aber hier was? Hier, 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 hier. Kleider 1. Ach. Kleider 2 und 3. Ähm. Ähm. Ich hab mir angezeigt, wenn ich daran so mache. Kein Kommentar. Da ist die Flieger. Da ist die Flieger. Da ist die Flieger. Das ist die Flieger. Ich hab mir ein Spanner hier. Wallye. Mann, Mann, Mann. Von bringen die Nuggets. Der Model mit den Schallgewicht. Wow. Ach, herrlich. wo bin ich erst gelandet der sträuchbohle warte mal da ist max von mig konnte man daraus hier rein nordweg 24 2 mann von hinten mann von vorne typ seitdem und von hinten mann von hinten von fernfurt die schlechten wortwitze badezimmer natürlich die kreisiger kleiderschrank oh mein gott glaube ich gehe wieder im server bin ich eigentlich ich bin auf sieben bin ich alleine na gut die ist so hoch ich seh das schon ähm das tut man auch sehr doll knack ich glaube hier ach so ein ordentliches ich bin ja weil ich schon überblick verloren also ich dachte, da steht auch was was ist Spannerdusche? oh man ey oh herrlich ey Kleiderschrank XXL natürlich von XXXL das war ja noch mal nachfragen Gustav und Gerd, Glühwein und Grill ach jetzt sind wir hier wieder ne Richtig, Herr Wärts ach, konnte es wehen so lange wo bin ich denn jetzt da sind wir ähm warte mal, ich will euch mal was nachgucken deswegen will ich mal einen ganz kurzen Cut machen es geht sofort weiter Moment so, da bin ich wieder ich habe gerade mal die Webseite aufgemacht von Nitrado war hier nicht irgendwo Dingens ja, der Bergmann Kappuccino ich komme auf diesen PC Bildschirm immer noch nicht klar ey Baumann schreitete Tat wo denn na gut, hier gibt es ja auch nichts ja wow wow nein, nein das ist aufzulegen Mensch Ladies and Gentlemen treten sie heran und kosten sie eine von Herr Bergmanns fantastischen Schokoladenkreation Du sollst mir eher meinen links geben ey Ach, ich kollabiere gleich die Kekse ey wieder alles verbrannt Oh Gott, das ist ja ok so bringt nichts Dann laufen wir mal wieder zurück Lauf, 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 lauf ich will euch nur was nachgucken Okay, oh Gott Gut Was haben wir hier eigentlich? Second-Hand-Halle Second-Hand-Halle Okay, hier war ich aber wirklich noch gar nicht Das weiß ich Oh Gott, nein Uhhh Uhhh Oh nein, der lebt wieder um den Scheiß ey Ich weiß schon, warum ich eigentlich weg wollte aus der kurzen Gegend aus der kleinen Gegend hier ey Bestes Mikrofon ever ey Bestes Mikrofon ever ey Boah, lädt das nicht Boah, lädt das nicht Du, den Kinderzimmer mit zwei Türen natürlich Kleiderschrank natürlich Ich Keine Ahnung 20FPS oder noch nicht mal vielleicht Als ob es hier keine Kekse gibt GIGABYTE GIGABYTE S GIGABYTE S Doch Bei den haben wir doch schon Genau, habe ich bereits abgeschlossen boah mal damals oder wie hier und thr das Die Bar... Gründer des Clubs, alles klar. Ehrengast Funky Kong, Ehrengast Glebonke, oh Gott, das ist ein Vorstand Netflix, alles klar. Unbefugten ist der Eintritt verboten, Trainingshalle Kaka werfen. Warum? Nein, Bananenlager, nur zu drinnen und gültigen Ausweis. Mann! Interessant. Schöne Kaka war auch. Ein tolles Wurst. Ach so. Okay, ich dachte, das wäre eine Glarscheibe deswegen. Ein Ziel für Zugbesucher. Hahaha. Kacke Eimer. Wäre lustig, wenn man das machen könnte. Ja, sagt der Transporter. Na ja. Guckt mal einer an. Eine Bäckerei. Schöne Wohnungen, da gehe ich auch mal durch die Bäcker rein, natürlich. Kennt man doch. War da jetzt weg. Entschuldigen. eine fette katze die skills hier sind so, wegen texture pack und so rohchen werden auf 5000 auf wiedersehen stadtmuseum ok das geht hier wieder hoch kopf für berühmter persönlichkeit in die 3,50 euro schlufton shirt jeans leggings pullover bruchspanzer stadtgeschichte schnüfftauern ok dann gehen wir noch mal hoch hier schon mal nix hier vielleicht ich weiß nicht wo ich eigentlich zum da hinten beim hafen eingelangen bürgermeister schnuffix den kulte und einer der erbauer der stadt stadtrat medplex stellt zur verfügung plug-in manager ja ach gucke mal das sind die glaubte bauer hier als zerstörte sträuch winzige flughafen und erbaute gleich zwei epische internationale flughäfen oh mein gott architekturist und so weiter und so fort natürlich stadtrat zortrags gestellt server für schnufftauern zur verfügung kulte einer der ersten bürger stadtraten domo kubus ok probestörer aha 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 schlicht kinder nehmen durch den kein beispiel und schlicht interessant ein stadtrat bis er wieder weit Richtung Westen gehen Verzicherung und unsicherungszöne natürlich ach Leute auch mit den riesen etagen ein bad mit zwei eingängen und wenn man meine muss man beide türen abschließen hier war die Tombois wir wollen darüber ja klar hier war moda hoschikimiki zu dem ich den namen max nomik mal hatte die adler dat mal hatte die adler hier haben wir Lust das ist doch nur da, okay hier hat er nur gar nichts da hier war schon bei der schulmacher oscars 12 wohnungen das ist gut der baut denn so was meine gute gut aber dass wir im real leben nicht so was haben oder wir haben hier gucci schuhe natürlich gladiatoren blüte rohja völlig da sind war okay da war gerade nur anwohner und betriebe weiter schon, manche nicht hier war ich schon, kino ja ja doch hier war ich schon die joe kraft kino programm ich kann aber kein mehr geben, den keks habe ich schon, ich weiß aber wo ist denn hier denn da auf der piste doch machte ich den? den hatte ich noch nicht ok interessant auch noch mal lesen ich kann vielleicht den oben nicht da geschäftsleiter ich glaube hier reicht auch schon hmmm warte mal her ja so langsam ne wieder so mit den keksen ja komm das war ja auch nur oh mein gott kenne ich doch schon keine ahnung ne hier war ich noch gar nicht na das tut du ich soo soo buchtblick 1 das tut und die riechen monster beide zu machen weißt du 8k natürlich nicht ach guck mal guck mal das hat er sich gesteckt hier ist aber oben garange 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 dann oh kommt es weg wie 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 die wie ja wir gehen so langsam mit die themen aus jetzt haut doch mal was in die kommentare, worüber wir reden warte mal, wo es gerade im chat stand, bitte wegen dem bewerten könnte man eigentlich auch mal mitmachen, das war ja super event, was ist das denn, ok, das ist maxonomic, ok, oh gott ja, ihr könnt ja auch mal in die kommentare schreiben, wie ihr das fand, sei es vom zuschauen oder was ihr selber gespielt habt, wie das vor euch war und ihr tropft es von der decke schnufthauen, ja, das war die geschichte, ok der pool von der dachtterrasse kommt aber vor, als wäre ich schon gewesen der hier luigi schlacht mich tot ach du heilige nein warte mal, die garte deckt sich ja mittlerweile wieder auf und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020